Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man beim Sako Tan No Touch eigentlich die Nachfüller hier oben richtig öffnen und vor allem auch nachfüllen kann, um einfach Geld zu sparen und vor allem auch um den Müll zu reduzieren. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wenn wir unseren Seifenspenner jetzt einmal unten ausgeschaltet haben, den Nachfüller herausgenommen haben, dann können wir einfach einmal hier oben drehen und wir werden sehen, wir können diesen Nachfüller nicht so einfach öffnen. Und hierfür gibt es jetzt einen speziellen Trick, mit dem das ganz einfach geht. Wir nehmen uns am besten jetzt einmal eine Wasserpumpenzange zur Hand und natürlich auch unseren Nachfüller und die Pumpenzange setzen wir schön mittig hier bei unserem Nachfüller an und dann mit Gefühl probieren, dass wir wirklich diesen Deckel hier oben runterhebeln können. Das geht meistens am Anfang etwas schwer, doch mit etwas Kraft können wir ihn auch schon lösen. Dass wir den Deckel nicht jedes Mal mit Gewalt aufmachen müssen, schauen wir uns einmal hier oben das Gewinde genauer an, warum wir dieses eigentlich nicht einfach aufdrehen können. Und hier fällt uns sofort auf, dass wir auf beiden Seiten hier so einen kleinen Haken haben, einen kleinen Plastikhaken, der natürlich das Aufdrehen verhindert. Und diesen Haken, den entfernen wir jetzt einmal. Hier gibt es meiner Meinung nach verschiedene Möglichkeiten, entweder mit einem Cuttermesser, mit einer Feile etwas länger dran feilen oder ich nehme bei mir jetzt im Fall einen Seitenschneider her, drücke einmal zu, schon ist die eine Nase hier weggeflogen und auch die andere. Und jetzt gehe ich noch mit der Feile hier etwas genauer drüber, dass einfach noch das Gewinde viel besser zur Geltung kommt. Ich bin mit dem Ergebnis auf jeden Fall zufrieden und jetzt probiere ich es einfach mal aus. Hierfür den Deckel hier oben wieder draufsetzen, den muss man jetzt nicht schrauben, einfach etwas fester zudrücken, bis es klick macht. Und zum Öffnen schaue ich jetzt mal, dass ich es leicht drehe und wie du sehen kannst, ich kann es ganz einfach wieder öffnen und auch schließen. Und jetzt möchte ich trotzdem einmal noch meine Seifen natürlich mit einem normalen Nachfüllbeutel hier auffüllen. Die Seife ist nachgefüllt, jetzt gebe ich einmal meinen Deckel hier oben wieder drauf, bis es klick macht. Natürlich auch das Ganze in meinen Seifenspender noch hinein, diesen schalte ich jetzt wieder an und dann überprüfe ich das Ganze einmal auf Funktion. Wie du siehst, es hat funktioniert und somit haben wir auch schon unseren Seifenspender hier richtig nachgefüllt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens noch einen automatischen Seifenspender, spezielle Nachfüller, Nachfüllbeutel oder auch so eine Wasserpumpenzange hier zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellen zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in einem Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins für diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Das war's. Das war's.